Musik Geh weg von meinem Zaun, du! Moin, Peter! Moin, Stefan! Stabilen Zaun hast du da? Maschinenring macht wunderbar! Wat für'n Ding? Maschinenring! Wat ist dat denn? Der Laden, wo ich hinrenne? Für'n Zaun? Da wirst du staunen! Warum? Stabiler geht's nicht! Wie? Das ist der stabilste Stabmattenzaun, den's gibt! Meinst du, der ist stabil? Stabiler Stabmattenzaun! Und soll der was aushalten können? Mein Zaun? Du glaubst es kaum! Hält alles aus! Sogar ein Baum! Nicht im Traum! Denn fällt der Baum, macht er Platz für einen neuen Raum! Der hält alles aus! Sollen wir wetten? Nee! Ich hab letztens schon 500 Euro beim Rennen verloren! Dann renn doch nicht! Geh langsam! Gute Idee! Dann kann ich so umhauen! Dein Zaun! Du wirst jetzt genau hinschauen und gibst mir den Countdown! Wat hast du vor? Soll ich vorstellen! Das ist Triple X! Triple X zieht den Zaun um? Wie nix! Und das zeig ich dir ganz fix! 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 Das ist ja ein Ding. Der beste Zaun vom Maschinenring. Diesen Zaun findet ihr übrigens hier im Onlineshop auf mr-shop.de Wie tief hast du ihn eingelassen? 57,4 Zentimeter. Komma 4? Komma 4. Warum die 4 Millimeter? Für die Sicherheit. Geiler Zaun. Den wird dir so schnell keiner klauen. Damit habe ich mein Grundstück eingefriedet. Was? Eingefriedet. Eingefried? Eingezäunt. Ach so. Ich dachte du hast Frieden auf deinem Grundstück. Mit dem Zaun auf jeden Fall. Ist deine Frau innerhalb oder außerhalb des Zauns? Schatzi, ich habe den Trecker gewaschen. Brauchst du sonst noch Hilfe? Kannst du für mich im mr-shop noch 20 Meter Zaun bestellen? Gerne Schatzi. Für meine Frau brauche ich keinen Zaun. Betty, grüß dich. Frieden habe ich auf meinem Grundstück auch so, solange du auf der anderen Seite des Zauns bleibst. Dafür bitte ich, dass dein anderer Trecker den Zaun schafft. Mit dem geht es leider nicht. Warum? Das ist ein Fan, der kann nur klingen. Ach so. Ja sag ich doch, der Zaun ist stabil. Wovon ist der denn? Maschinenring, Westfalen-Lippe. Maschinenring. Geiles Ding. Diesen Zaun werde ich auch bei mir aufbauen. Denn diesem Zaun kannst du vertrauen. Dann kann mir keiner meine Sachen klauen. Ob Garten- oder Weidezaun mit Maschinenring die besten Zäune bauen, hält bis in alle Ewigkeit. Glaube ich nicht. Probier es aus. Das ist ein Zaun aus dem mr-shop. Schaut jetzt für euren individuellen Zaun im mr-shop vorbei. Da gibt es nicht nur Zäune, da gibt es coole Dieseltanks für den Trecker, Flüssigdüngertanks, Wassertanks und vieles, vieles mehr. Jetzt hier vorbeischauen.